So, hi yo meine Freunde, ich bin der Gameyteer und wir probieren es jetzt auf ein neues. Und zwar indem wir einfach mal die rechte Seite benutzen und vielleicht ein bisschen ruhiger agieren und keine Ahnung. Und ja, dann gucken wir mal was dabei herauskommt. Ich bin bewaffnet. Ja ja, ist ok, ist ok. Ach verdammt, komm her Bubi. Oh, komm her. So, der schläft. Sehr schön, perfekt. Oh, da haben wir noch einen. Oh, da haben wir noch. Was ist das? Haben wir einen Fehler gemacht? Nehmen wir ihn einfach mal mit. Kann sein, dass die Mission jetzt scheitert, aber gut. Boss? Well, we'll just have to interrogate him to find out where the target is. Muss am besten irgendwie weggriechen. Wir haben die Interrogation aus dem Interpreter. Er hat auch gesagt, es wird am Abend beginnen. Sie werden jetzt starten in der Zeit. Hurry! Interrogate ihn. Find out what he knows. Binden! Tag ist von hier, hier ist Wasser. Leid! Okay, wir gehen ein bisschen weg. Wir müssen ja ganz woanders hin. Wir müssen nämlich da runter. So. So, richtig, jawohl. Alles geradeaus jetzt. Richtung diesem Turm. Ach, da haben wir noch eine Wache. So, die nehmen wir auch noch mit. Lassen wir uns einfach passieren. Gehen vorbei. Puh! Ach nö, komm schon. Puh! 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 kommt nur spaß voll den headshot komm mal mit so und jetzt nehmen wir dich mit war das überhaupt der richtige nein faltes gebäude dieses gebäude ist hier ist niemand hier ist kein mensch ich weiß nicht was wir noch machen sollen das ist das einzige gebäude wo ich mir vorstellen könnte dass der da hockt jetzt geht dieses versteck spiel los hätten wir ihn getötet wäre die mission schon vorbei und edelstein nehmen auch noch mit da vielleicht hallo nein auch nicht wo denn da an ach komm schon da ist er nicht hin habe ich geguckt ich habe geguckt da war ich drin ja da waren wir drin dass er auch nicht wo ist er denn dann die 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 Da? 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 Das kann jetzt eine ewige Suche werden. Muss ich jetzt ernsthaft jedes Gebäude absuchen? Hä? Haben wir es geschafft? Wer ist? Wir haben es doch geschafft, oder? Aha, 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 aha. Jetzt haben wir da noch einen neuen Hinweis bekommen. Oh, fuck it. Das war sehr doof. Oh, ein Ego-Shooter. Oh, ein Ego-Shooter. Das war sehr doof. Wir sind da voll ins offene Messer gerannt. Deshalb gehen wir jetzt so ein bisschen außen rum. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Deswegen bis dann. Und tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Der. Und wie?